Arcade Games Music, please Dann machen wir doch da nochmal schnell Jetzt bist du im Fall drauf mit Sound, gell? Wirst du noch etwas erklären, bitte? Ich sehe dann den Platten-Spieler Und wie alle Besucher auf dieser Seite feststellen können Ich nehme jetzt mal die Platte in die Hand Und ich sehe, dass sie recht staubig ist Und es steht Jester Funk drauf Und den Platten-Spieler Und die Platten habe ich das letzte Mal vor 5 Jahren in deiner Wohnung gesehen Mit der gleichen Platten Darum kannst du mir erklären Warum du 5 Jahre lang die gleichen Platten auf der Platten spielen hast Ja, Platten ist rot Nein, ich bin einfach nur dazu gekommen, um die Platten rein zu schufeln Ich habe mal über 1000 Platten Ich habe mal angefangen über eine Schufel, über USB Und irgendwann habe ich gefunden, ich brauche einfach zu viel Zeit Und ich werde aber wieder mal anfangen und wieder machen und... Also liebe Zuschauer, ich schwöre euch Die Platte, Jester Funk, liegt seit mindestens 5 Jahren auf dem Plattenteller Kein Scheiss Herzlichen Dank für deine Ausführungen Ja, Kaffee oder Bier